moin leute was geht hier ist wieder der geist heute möchte ich euch zeigen wie die deadpool challenge woche 8 lösen könnt indem ihr deadpool schwimmhilfe finden müsst die challenge ist gerade rausgekommen leute wie ihr seht woche 8 in der deadpool schwimmhilfe das ist sehr einfach zu lösen es gab ja viele videos dass es irgendwo ingame ist aber das stimmt nicht diese schwimmhilfe ist bei den agenten im agentenraum bei sky geht ihr einfach rein dann seht ihr schon hier unten rechts leute ist die schwimmhilfe die sammelt ihr einfach auf und schon habt ihr die herausforderung abgeschlossen ja das war es dann erstmal von mir leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da ein abo wenn nicht schlecht und ansonsten sehen uns im nächsten video